Viele Selbstständige haben in Deutschland massiv mit Bürokratie und ihrer eigenen Verwaltung der Selbstständigkeit zu tun und verlieren dadurch wertvolle Arbeitszeit und dadurch natürlich auch Umsatz. Wie du das reduzieren kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melchior von der Kontist Steuerberatung und Selbstständigkeit in Deutschland ist ein echtes Bürokratiemonster. Du musst deine Rechnungen schreiben, du musst irgendeine laufende Buchhaltung machen, dann musst du Umsatzsteuervoranmeldungen machen, vielleicht zusammenfassende Meldungen machen. Du brauchst irgendwelche Nummern, die du beantragen musst. Dann musst du einmal im Jahr Steuererklärungen machen, und zwar die Einkommensteuererklärung, die Umsatzsteuererklärung und vielleicht auch die Gewerbesteuererklärung. Und wenn das Finanzamt was von dir möchte, dann schicken sie dir Briefe auf Papier mit Bürokratie-Deutsch, Paragrafen. Du musst erst einmal recherchieren, wie du da irgendwie darauf reagieren kannst. Im schlimmsten Fall ändert sich das jedes Jahr, das heißt, du musst immer wieder von vorne nachrecherchieren. Vielleicht sucht man sich dann Steuerberater, aber ehrlicherweise ist Steuerberater auch nicht wirklich die Lösung, weil vielen Steuerberatern musst du erst einmal dein Geschäftsmodell erklären und allein deine Dienstleister, also deinen Steuerberater zu managen, ist schon fast genauso viel Arbeit, wie direkt mit dem Finanzamt zu reden. Also irgendwie ist das alles sehr, sehr, sehr viel Arbeit und ein unglaublich großer Stress. Und gefühlt bist du dadurch ja immer noch nicht sicher, weil wer sitzt am Ende da und muss dann doch die hohe Steuernachzahlung leisten? Die Selbstständigen. Und das macht wirklich keinen Spaß und ich verstehe das absolut, dass viele Leute in Deutschland deswegen gar nicht erst selbstständig werden wollen. Contest hat vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht, wie viel Zeit für die Eigenverwaltung und die bürokratische Arbeit im Jahr so draufgehen. Und das Ergebnis war wirklich erschreckend. 24,6 Tage pro Jahr brauchen im Durchschnitt Selbstständige, um sich selbst zu verwalten. Das ist mehr als ein Monat im Jahr nur für die eigene Verwaltung. Zugegebenermaßen kann ich dir jetzt noch nicht die perfekte Lösung präsentieren, aber langsam gibt es Licht ganz am Ende des Tunnels, weil in den letzten zwei bis drei Jahren ist der Text-Tech-Markt, also Steuertools, die dir Zeit ersparen, extrem gewachsen und entwickelt plötzlich eine Dynamik, wo immer neue Ideen, wirklich innovative Ideen an den Markt kommen. Du kannst mit intelligenten Tools schon wirklich erheblich Zeit sparen. Grundsätzlich kann man den ganzen Prozess einer Steuererklärung und deiner bürokratischen Verpflichtung in drei Gruppen einteilen. Im ersten Schritt müssen immer erst mal Daten erhoben werden. Du musst dir überlegen, wo sind die Daten, wie bringe ich die zusammen, wie pack ich die irgendwie an einen Ort. Der zweite Schritt ist immer die Bearbeitung der Daten. Wie kann man die verändern, wie kann man die anders visualisieren, zusammenfügen und so weiter. Auch so ein Steuerformular ist nur eine Ansammlung von Daten. Im nächsten Schritt geht es um die Datenübermittlung. Natürlich ist Briefumschlag auch ein Datenübermittlungsträger, ist aber vielleicht nicht der smarteste Datenübermittlungsträger. Das heißt, wir haben eigentlich drei wesentliche Schritte bei jeder Buchhaltung, Steuererklärung und so weiter. Datenerhebung, Datenbearbeitung und Datenübermittlung. Wenn du diese drei Schritte immer im Blick hast, dann kannst du wirklich mit smarten Setups schon heute unglaublich viel Zeit sparen. Ganz wichtig ist aber, dass diese drei Schritte und diese Tools, die du verwendest, gut miteinander arbeiten. Es gibt nichts Frustrierendes, als zwar tolle Insellösungen zu haben, wie zum Beispiel für die Datenerhebung oder die Datenbearbeitung, die funktionieren aber nicht miteinander. Das ist sehr, sehr frustrierend und zeitraubend. Ich glaube, jeder Selbstständige kennt dieses Problem, wenn man zum Beispiel ein Buchhaltungsprogramm hat und dann irgendwann mit Erschrecken feststellt, dass dieses Buchhaltungsprogramm zum Beispiel keine Umsatzsteuerformmeldung übermitteln kann oder keine zusammenfassende Meldung anbietet. Das ist immer ein Riesenproblem, weil dann ist zwar die Datenbearbeitung gesichert, aber nicht die Datenübermittlung. Oder aber du hast ein Buchhaltungsprogramm und es gibt keinen Export für den Steuerberater. Das heißt, du hast dir die Arbeit gemacht und kriegst die Daten dann nicht vernünftig zu deinem Steuerberater. Auch da hat man dann irgendwie das Problem zwischen Datenbearbeitung und Datenübermittlung, dass da irgendwie ein Bruch ist, was dazu führt, dass du einfach viel mehr Arbeit hast. Oder aber du machst deine Steuererklärung und stellst fest, es gibt gar keine Importfunktion für deine Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, du bekommst die Daten gar nicht vernünftig in deine Steuererklärungstool. Das führt dann dazu, dass du am Ende doch wieder irgendwie Zahlen abtippen musst. Und ganz häufig treten auch Probleme mit Dienstleistern auf. Wenn du dir schon Zeit sparen möchtest und Geld in die Hand nimmst und einen Steuerberater beauftragst, der Steuerberater vertraut aber deiner Buchhaltungssoftware nicht und macht am Ende alles noch einmal. Oder du hast einen Buchhalter und einen Steuerberater, der Steuerberater misstraut aber den Buchhalter und macht dann die Arbeit noch einmal. Auch dann bleibt der Mehraufwand ja an dir hängen, weil deine Steuerberaterrechnung einfach höher ist, als sie sein müsste, weil der die ganze Arbeit noch einmal macht. Ich glaube, diese Probleme kennt wirklich jeder Selbstständige und ich könnte auch noch ewig weitermachen, solche Beispiele aufzuziehen. Seit Jahren arbeite ich in der Steuerberatung und auch immer wieder als Berater für Steuersoftware, d.h. für Buchhaltungsprogramme oder irgendwelche Steuer-Apps usw. Ich kenne eigentlich beide Welten, sowohl die Steuerberatung an sich als auch die Softwarekomponente davon. Und on top bin ich in meinem Leben schon ungefähr 15 Jahre selbstständig gewesen und kenne den Schmerz, wie ätzend das ist, wenn das alles nicht so richtig funktioniert. Deswegen fühle ich definitiv mit euch und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass das größte Bottleneck immer die Datenerhebung ist, weil auch ein Steuerberater oder irgendein Tool kann nicht vernünftig arbeiten oder irgendwas vorbereiten, wenn es nicht so schnell wie möglich, also möglichst in Echtzeit, alle Informationen, die steuerlich relevant sind, bekommt. Deswegen solltest du unbedingt einen großen Fokus auf die Datenerhebung legen. Wie kannst du möglichst automatisiert, also ohne dein Zutun, diese Daten einsammeln und irgendwie in ein anderes System oder zu einem Dienstleister zu bringen, ohne dass du aktiv werden musst? Ich möchte in diesem Video jetzt keine Tools verkaufen und so, aber wahrscheinlich fragt sich der eine oder andere, schön, wie du das alles erzählst, aber kannst du mir ein Beispiel geben, wie sieht denn das beste Tool-Setup eigentlich aus? Wenn du das alles selber machen willst, dann startet alles mit der Datenerhebung. Und die Datenerhebung fängt zum Beispiel an mit deiner Karte, also mit einer Contest-Visakarte beispielsweise und dem Contest-Geschäftskonto. Das heißt, du nutzt ganz vorne quasi die Contest-App. Dann solltest du deine laufende Buchhaltung mit LexOffice machen. Mit LexOffice hast du die Möglichkeit, die Daten zu bearbeiten, zu buchen. Du hast die Möglichkeit, eine Umsatzsteuer-Vormeldung zu machen, zusammenfassende Meldungen zu machen und so weiter. Und dann im dritten Schritt, einmal im Jahr nutzt du Smartsteuer. Smartsteuer ist eine Steuer-App, mit der du all deine Steuererklärungen machen kannst, also sowohl die Einkommensteuer, als auch die Umsatzsteuer, als auch die Gewerbesteuer und das alles in einer App. Und die Integration von der Contest-Visakarte mit dem Contest-Geschäftskonto und LexOffice und Smartsteuer ist so gebaut, dass der Prozess wirklich sehr entspannt für dich ist und du minimalsten manuellen Aufwand selbst hast. Vielleicht denkst du dir jetzt aber, ich möchte es ja gar nicht selber machen, ich habe ja gerne Dienstleister, die sich darum kümmern. Ich gebe dir recht, auch dafür gibt es natürlich Lösungen, aber du solltest verstehen, dass du deinen Dienstleister auch wie eine Art Tool, also wie einen Baustein in deinem System sehen solltest. Du brauchst einen Prozess und dein Dienstleister darf nur ein Baustein darin sein. Um dir da ein Beispiel zu geben, da bin ich schließlich auch Teil davon, auch da wäre das Contest-Konto mit der Visakarte hervorragender Einstieg. Das heißt, du hast das Contest-Geschäftskonto plus Contest-Visakarte und Dienstleistung der Contest-Steuerberatung. Das heißt, auch dann ist die Datenerhebung, die Datenbearbeitung und die Datenübermittlung vollständig in einer App gelöst und du hast nahezu gar keine manuelle Arbeit, außer die saubere Kontoführung. Das Ganze funktioniert unglaublich smooth und es gibt schon sehr, sehr viele Selbstständige, die damit wirklich ganz massiv Zeit sparen. Für alle Leute, die das Thema interessant finden, habe ich eine interessante Ankündigung. Und zwar bin ich am 18. Mai 2022 auf der Finance Forward-Konferenz und werde eine Masterclass geben, speziell zu dem Thema. Wir schauen uns wirklich die drei Schritte einmal genauer an und ich gebe dir einen wirklich ganzen Tool-Werkzeug-Koffer an die Hand, mit dem du für dich persönlich dein perfektes Setup für deine Bürokratie zusammenstellen kannst. Außerdem gibt es in der Woche danach am 24. Mai ein kostenloses Live-Webinar zusammen mit OMR und Visa, wo wir uns das auch ganz praktisch noch einmal anschauen und dir wirklich helfen zu entscheiden, welche Tools an welcher Stelle eigentlich die besten sind und wie du diesen nervigen Bürokratieaufwand endlich los wirst. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir vielleicht schon ein bisschen weiterhelfen und habe dich zumindest neugierig gemacht auf das ganze Thema Tech-Stack und Thema Bürokratie und wie wir sie killern können. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, ein paar von euch zu sehen. Wenn du jetzt schon dazu Fragen hast oder so ein paar Punkte hast, auf die ich auf jeden Fall eingehen sollte, sowohl in unserem Masterclass als auch im Webinar, dann schreib uns eine Nachricht und dann freue ich mich darüber, es gemeinsam mit dir zu diskutieren. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir schon ein wenig weiterhelfen und habe dich ein bisschen neugierig gemacht auf alles, was noch kommt. Wenn du da Erfahrungsberichte hast oder Fragen hast, dann schreib uns bitte. Ansonsten kann ich dir dringend empfehlen, unseren Kanal auf YouTube zu abonnieren. Wir veröffentlichen regelmäßig Steuertutorials rund um die ganzen Themen, Buchhaltung, Steuern und so weiter, auch wie du dein perfektes Toolsetup findest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.